Ja, guten Tag, meine Damen und Herren, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Es ist meine erste Präsentation, die ich in meiner neuen Funktion als Geschäftsführerin des Zentrums für Kinderschutz im Internet vortrage. Ich durfte schon letzte Woche mit Joachim von Gottberg beim Präventionstag diskutieren, aber so eine Präsentation ist ja doch immer ein bisschen was anderes. Und jetzt noch mit dem Jugendschutzthema zu kommen, nachdem wir hier zwei jugendliche, junge Mädchen hatten, die ja offensichtlich sehr gut auch mit den Angeboten umgehen können. Und es fällt immer ein bisschen schwer, sich dann wieder auf das Thema Schutz einzulassen. Ich will mal versuchen, es trotzdem interessant zu gestalten. Allerdings weiß ich noch nicht, wo ich klicken kann. Kann mir jemand mal? Gibt es irgendwo ein? Ja, ich würde Ihnen gerne kurz das Klicken geht im Moment hier noch nicht. Danke. Oben in der Mitte. Okay. 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 Alles klar. Ich hatte die unteren jetzt. Dankeschön. Okay. Also ich wollte Ihnen gerne noch mal zum Einstieg des Zentrums für Kinderschutz im Internet vorstellen, obwohl ich einige im Publikum sehe, die es nicht nur kennen, sondern die auch daran beteiligt sind. Insofern ist es für diejenigen vielleicht gar nicht so etwas Neues Ende 2012 ins Leben gerufen worden als eine gemeinsame, gemeinsam ins Leben gerufene Organisation vom Bundesfamilienministerium und von den Ländern. Sie sehen das Zentrum für Kinderschutz im Internet hier in der Mitte. Es arbeitet mit drei Fachkommissionen, die unterschiedliche Aufgabenstellungen haben, die Fachkommission Maßnahmen, Vernetzung und internationale Zusammenarbeit. Dann haben wir die zweite Fachkommission Wissen, Forschung, Technikfolgenabschätzung und die dritte Maßnahmen und jetzt muss ich selber noch mal genau hingucken, Aufklärung und Meldemöglichkeiten, sodass ich es nicht durcheinander bringe. In diesen drei Fachkommissionen sind jeweils etwa 20 Expertinnen und Experten versammelt, die sich regelmäßig treffen und die unterschiedlichen Aufgabenstellungen des Zentrums für Kinderschutz im Internet bearbeiten. Das ist sozusagen unsere Aufgabenstellung, ein jugendpolitisches Forum auf Bundesebene zu sein, dabei den Jugendschutz im Internet in den Mittelpunkt zu rücken und gleichzeitig ein dauerhaftes Bündnis zu knüpfen zwischen staatlichen Stellen mit zivilgesellschaftlichen Partnern, aber auch Unternehmen und Verbänden. Und damit haben Sie auch schon das Spektrum der Organisationen, die mit Ihren Expertinnen und Experten in den drei Fachkommissionen vertreten sind. Die Aufgabenstellung hat sich im Grunde genommen entwickelt unter dem Stichwort intelligentes Risikomanagement. Wenn Sie verfolgt haben, was es mit dem Jugendmedienschutz-Staatsvertrag auf sich hat, dann werden Sie wissen, dass 2007 das Hans-Bredow-Institut diesen JMS-TV evaluiert hat in seinen Wirkungen und dabei unter anderem zu dem Schluss gekommen ist, was wir brauchen, ist ein sogenanntes intelligentes Risikomanagement. Die Idee, was jetzt eigentlich dahinterstehen könnte, ist dann in vielen Arbeitsprozessen weiterentwickelt worden und ich würde das gerne mal versuchen, Ihnen jetzt so ein bisschen schrittweise aufzuzeigen. Wir haben gesagt, wir müssen zunächst erstmal differenzieren zwischen Kindern oder jüngeren Kindern unter zwölf Jahren und kann man sagen, dass sicher wird man die Grenze nicht so fix setzen können. Es gibt auch Jugendliche, die sind mit zehn schon durchaus weiterentwickelt als andere mit zwölf oder dreizehn. Also man muss es eher an den Entwicklungsstufen orientieren. Nichtsdestotrotz braucht man natürlich auch bei den Überlegungen, was braucht man eigentlich für die unterschiedlichen Altersgruppen, eine gewisse Orientierung, was das Alter angeht. Für die Kinder unter zwölf Jahren steht im Vordergrund die Risikovermeidung. Das geht über drei Säulen und Sie sehen das hier in unterschiedlichen Blautönen. Die breiteste Säule ist die, die die höchste Wirkung im Grunde genommen für die Altersgruppe haben kann. Das sind sichere und für Kinder attraktive Surf- und Kommunikationsräume. Also Angebote, die positive Inhalte, aber auch positive Kommunikationsmöglichkeiten für Kinder bereitstellen. Dann haben wir daneben den fast genauso schwerwiegenden Bereich der technischen Jugendschutzprogramme, die vermeiden sollen, dass Kinder mit ungeeigneten Inhalten konfrontiert werden. Und wir haben daneben mit einer etwas schwächeren Wirkung die Befähigung zur elementaren Medienkompetenz. Auch da muss man differenzieren. Bei den Jüngeren wird man sicher einen geringeren Anteil haben. Wachsen die dann zunehmend in die Altersgruppe bis zwölf und auch darüber hinaus nimmt das im breiteren Raum ein. Und das sieht man jetzt auf der rechten Seite, wo es um die älteren Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahre geht. Hier steht die medienpädagogische Befähigung zum Selbstrisikomanagement ganz breit im Raum. Deshalb auch mit der kräftigen dunkelblauen Farbe unterlegt. Dann haben wir den mittleren Bereich, die redaktionelle und technische Unterstützung in Internet angeboten. Also den Kindern eine positive Internet-Erfahrung zu ermöglichen, indem man sie redaktionell und technisch unterstützt. Und dann sehen Sie am rechten äußeren Rand, dass hier in der älteren Altersgruppe der technische Jugendschutz nur noch eine geringere Rolle spielen kann. Er kann auch hier weniger zur Vermeidung von Konfrontationen, sondern eher zur Reduzierung von Konfrontationen mit Inhalten, die entweder als ungeeignet erachtet werden oder vielleicht von den Jugendlichen dann auch selbst als ungeeignet angesehen werden, taugen. Diese Unterscheidung greift jetzt im Grunde genommen das, worüber wir sprechen wollen, auch schon ganz gut auf. Wir haben also einen starken Schwerpunkt mit positiven, gut geeigneten Inhalten für die Jüngeren und haben hier gleichzeitig einen hohen technischen Anspruch oder einen Anspruch an technischen Jugendschutz, der hoch sein muss, um jüngere Kinder zu schützen. Gehen wir mehr in den rechten Bereich hinein, geht es viel stärker um Befähigung und um Selbstschutz der Kinder und Jugendlichen. Das Ganze wird dann gerahmt durch das ganze Spektrum der Akteure, die hier verantwortlich handeln können, darüber die Instanzen, die entsprechend mitwirken müssen, der Staat, der rechtlich regulieren kann, aber auf der anderen Seite auch die Community der Internetnutzerinnen und Nutzer selber, die zum Beispiel, was wir gerade im Jugendbereich eben erleben, mit der Peer-Unterstützung, Peer-Beratung von Kindern, von Jugendlichen eine wichtige Rolle spielen kann, aber auch dazu beitragen kann, dass Inhalte bewertet werden, getaggt werden oder Ähnliches, um das positive Surferlebnis zu ermöglichen. Ich habe mir noch mal die Zahlen angeguckt, wie im Moment sich die Internetnutzung entwickelt, aus der GYM-Studie heraus, wo man sehen kann, wie relativ hoch die tägliche Online-Nutzung, und wenn man hier noch mal guckt, wir wollen ja über mobile Internetnutzung bzw. Schutz im mobilen Bereich sprechen, dann sehen Sie mit der, also im zweiten Block, Handy, Smartphone, wie stark von 2011 mit 29 Prozent, auf 2013 mit 73 Prozent die mobile Internetnutzung gestiegen ist. Das ist jetzt aus der GYM-Studie, also für die Jugendlichen 12 bis 19 Jahre, insofern hier ein ganz starker Zuwachs von der mobilen Nutzung. Bei den jüngeren Kindern, also aus der KIM-Studie, sieht es anders aus. Da haben wir bisher noch keine so deutlichen Zahlen für die mobile Nutzung. Wir haben hier allerdings auch da deutlich zu sehen, dass mit zunehmendem Alter die Internetnutzung insgesamt deutlich steigt. Bei den sechs- bis siebenjährigen sind es nur sieben Prozent, die sagen jeden oder fast jeden Tag. Bei den zwölf- bis dreizehnjährigen haben wir dann schon 58 Prozent, die jeden oder fast jeden Tag online gehen. Auch hier wurden die Kinder dann in der KIM-Studie nach ihren Handy-Funktionen gefragt. Und da ist noch mal relativ weit unten angesiedelt Internetnutzen. Ich weiß nicht, wie gut Sie es erkennen können. Die vierte Zeile von unten. Zehn Prozent sagen, sie nutzen das Handy täglich oder fast jeden Tag, um damit ins Internet zu gehen. 15 Prozent sagen, ein oder mehrmals die Woche. Aber bei der jüngeren Altersgruppe sind es auch sehr viele, die nie mit dem Handy ins Netz gehen. Jetzt muss man dazu sagen, das ist die KIM aus 2012. Und wenn man sich so die Entwicklung in der GYM, wo es ja schon bis 2013 geht, anschaut, dann denke ich, dass diese Zahlen heute so nicht mehr zutreffend sind, sondern dass wir auch bei den Jüngeren eine deutlich häufigere Handynutzung für die Internetnutzung haben. Dann gibt es noch die MINI-Kim-Studie. MINI, wie es schon sagt, behandelt die ganz Kleinen. Die werden dann aber nicht selbst befragt, sondern die Erziehungsverantwortlichen werden befragt. Und da habe ich auch noch mal zwei Slides mitgebracht, einfach um zu gucken, wie schätzen denn die Eltern der drei- bis fünfjährigen das ein. Und Sie sehen es ganz oben, 51 Prozent stimmen voll und ganz zu der Aussage, das Internet ist für Kinder gefährlich. 45 Prozent sagen, Kinder sollten nur mit Filterprogramm surfen oder stimmen da voll und ganz zu. Die roten Balken daneben sagen dann immer noch Stimme überwiegend zu. Also wir haben eine ganz hohe Zustimmung für die Kleinen, dass die Erziehungsverantwortlichen sagen, ist gefährlich und wenn, dann sollte das mit Filterprogramm stattfinden. Auf der anderen Seite sind die Eltern dann aber auch direkt gefragt worden, was sie denn von Filterprogrammen halten. Und da kommt dann eigentlich so ein bisschen die Gegenbewegung, denn 50 Prozent stimmen hier voll und ganz zu, dass sie sagen, ich brauche kein Filterprogramm, weil mein Kind das Internet nicht alleine nutzen darf. 20 Prozent sagen, ich kenne keine Filterprogramme und es ist immer noch auch ein nennenswerter Teil, die sagen, sie wissen nicht, wo sie sich über Filterprogramme informieren können oder die besorgt sind, dass sie dann selber nicht mehr entsprechend das Internet nutzen können, weil es ihre eigene Nutzung zu sehr einschränkt. Ich finde eigentlich bei den unteren Zeilen sieht man dann sehr schön, dass es doch eher eine große Ratlosigkeit ist bei den Eltern. Also die grauen Bereiche am Ende, das sind die, die weiß nicht, keine Angabe gemacht haben und das ist doch ein relativ großer Anteil von Eltern, die im Grunde genommen mit einem Fragezeichen im Gesicht vor der Frage stehen, Filterprogramme ja oder nein und was können die denn eigentlich? Das habe ich im Oktober 2013 in der New York Times gefunden. Never too young, mobile screens make their way into smaller hands. Die haben eine Studie gehabt, die gesagt hat, 38 Prozent der US-amerikanischen Kinder im Alter von unter zwei Jahren nutzen Smartphones oder Tablet-PCs. Es hat ungefähr zu der gleichen Zeit auch aus Österreich eine Studie gegeben, die ähnlich hohe Zahlen konstatiert hat. Hier ist mit Eltern gesprochen worden und die Aussagen sind schon so, dass man sie auch sehr, sehr nachvollziehbar finden kann. Da sagt eine Mutter von einer unter Einjährigen, wenn ich meiner Tochter das Smartphone oder Tablet in die Hand gebe, ist es eine Stunde lang mindestens beschäftigt. Also und ich glaube, es ist schon auch so, dass man das im Alltag beobachten kann. Make their way in smaller hands. Das ist tatsächlich zutreffend. Es haben einfach mehr Kinder Smartphones oder Tablets in der Hand. Es ist nicht immer gesagt, dass die Geräte tatsächlich mit Internetzugang ausgestattet sind. Also insofern muss man auch da nochmal gucken, was eigentlich für eine Nutzung stattfindet. Aber mit der weiten Verbreitung, hier ist von 40 Prozent der Haushalte in den USA die Rede, in denen Tablets zur Verfügung stehen. Und gleichzeitig mit dem relativ schnell gesunkenen Preisniveau ist es nachvollziehbar, zunächst einmal, dass Kinder jetzt die Geräte in der Hand haben. Und im Grunde genommen müssen wir da dann überlegen, ist dann technischer Jugendschutz tatsächlich auf den Geräten möglich? Ich hatte es eingangs ja gesagt, es ist meine erste Präsentation als Geschäftsführerin des E-Kids und ich greife jetzt noch ein bisschen auf meine Tätigkeit bei der Stiftung Digitale Chancen zuvor zurück, wo wir seit mehreren Jahren das Projekt SIP Benchmark für die Europäische Kommission durchführen und uns Jugendschutzprogramme angucken in mehrerlei Hinsicht. Zum einen wird die Effektivität dieser Programme im Hinblick auf die unterschiedlichen Inhalte, getestet, das machen unsere Kollegen in Italien. Unsere Aufgabe ist, uns das Funktionalitätsspektrum der Produkte anzugucken und die Usability zu bewerten. Da steht die Überlegung dahinter, dass ein Produkt eigentlich nur dann wirklich seine Wirksamkeit richtig gut entfalten kann, wenn es von Eltern auch genutzt und bedient werden kann. Sprich, wenn das Produkt schwierig zu installieren ist, die Konfiguration schwierig ist, das Einrichten der Profile schwierig ist, dann kann es durchaus sein, dass die Eltern das Produkt auf dem Endgerät haben, aber möglicherweise dann die Wirkung eben doch nicht entfaltet werden kann, schlicht weil man bei den Alterseinstellungen vielleicht was falsch gemacht hat oder Ähnliches. Also die Nutzbarkeit, die Gebrauchstauglichkeit sollte nach Möglichkeit hoch sein. Jetzt kann man nicht immer sagen, je einfacher, desto besser, weil meistens geht mit einer einfacheren Installation und Konfiguration auch ein geringerer Funktionsumfang einher. Und ich würde Ihnen jetzt gerne nochmal einfach vorstellen, was wir uns bei der Prüfung auf Funktionen tatsächlich angucken, damit Sie auch so einen Eindruck kriegen, was können denn Funktionen von einem Jugendschutzprogramm überhaupt sein? Denn meistens denkt man bei Jugendschutzprogrammen an den klassischen Filterbegriff und tatsächlich sind eben Jugendschutzprogramme eigentlich viel mehr, können auch viel mehr. Was man dann tatsächlich will und ob man das alles will, muss man letzten Endes als Eltern selbst auch prüfen. Das kann man nicht Eltern zumuten, die Liste geht jetzt noch über vier Slides, dass sie die Funktionalitäten alle selber überprüfen. Aber eine Orientierung, was brauche ich eigentlich in meinem Fall für meine Kinder in der Altersgruppe X und Y, muss man ihnen letzten Endes schon geben. Also wir schauen uns an, ob man mit dem Jugendschutzprogramm zunächst erstmal überhaupt verschiedene Profile anlegen kann, damit ich es auf einem Endgerät haben kann, was vielleicht von drei Kindern unterschiedlichen Alters genutzt wird, beziehungsweise möchte ich gerne auch ein Nutzerprofil haben, wo das Jugendschutzprogramm gar nicht zum Einsatz kommt, wenn ich das Gerät auch selber nutze. Dann ist eine entscheidende Frage, kann ich ein Profil einmal anlegen und dann nach Möglichkeit dieses auf verschiedenen Endgeräten so verwenden, sodass ich also nicht auf dem PC, mit dem mein Kind vielleicht arbeitet, ein Profil anlege und wenn es dann mit dem Tablet ins Netz geht oder mit dem Smartphone, müsste ich das ganze Prozedere nochmal machen, sondern man möchte eigentlich ja einmal sagen, mein Kind ist so und so alt, ich hätte gern dies, das und das und am schönsten, wenn das dann auf allen Endgeräten, die zumindest in meinem Haushalt, in meinem Umfeld sind, gleichermaßen genutzt werden kann. Dann ist eine Frage, kann ich das nur auf dem Gerät, auf dem ich es installiere, konfigurieren und einstellen oder kann ich das auch über ein zweites Gerät tun? Ganz kritische Frage, wenn es um das Handy oder Smartphone der Kinder geht, wenn die Eltern sozusagen einmal täglich sagen, gib mal dein Handy, ich will mal kontrollieren, was du gemacht hast, ist das sicher nicht einfach. Genauso ist aber abzuwägen, ob es tatsächlich okay ist, wenn man sagt, ich gucke mal an meinem PC in aller Ruhe, was das Kind da auf seinem Smartphone gemacht hat. Wenn ich nicht mit dem Kind darüber gesprochen habe, würde ich das zumindest für fragwürdig halten, ob das in Ordnung ist. Wichtig natürlich die Filterfunktionalität. Das heißt, es wird nachgeschaut, in welcher Weise wird denn gefiltert. Kann ich verschiedene Filterthemenbereiche einstellen? Gibt es eine Whitelist von URLs oder eine Blacklist von URLs? Auch hier ist dann die Frage, kann ich jetzt das Surfen nur auf die Inhalte der Whitelist einschränken? Kann ich darüber hinaus weitere Prozesse anstoßen? Kann ich die Whitelist bearbeiten, eigene Einträge machen, Sachen freischalten und Ähnliches? Gleiches gilt für die Blacklist. Und es wird auch geschaut, ob eine Wortfilterung in Ergänzung zur URL-Filterung stattfindet. Nur eine Wortfilterung, beides kombiniert. Und auch da geht es wieder darum, ist eine Liste vorhanden, welche Begriffe sind drauf? Kann ich die Liste erweitern oder selber eine Liste anlegen? Ein Bereich, den viele der Jugendschutzprogramme mit umfassen, ist alles, was um Nutzungszeit geht. Und auch hier gibt es so eine Funktion wie generelles Überwachen der Nutzungsdauer, Möglichkeiten, eine maximale Nutzungsdauer festzulegen, aber vielleicht auch Zeitfenster zu definieren, dass das Gerät zwar zum Surfen genutzt werden darf, aber nicht mehr nach 20 Uhr oder Ähnliches. Können bei einigen der Programme eingestellt werden. Dann spielt die Blocking-Message eine wesentliche Rolle, und zwar nicht nur im Hinblick auf die Funktionalität, sondern da auch im Hinblick auf die Usability. Ist sie eigentlich verständlich formuliert? Die muss ja nach Möglichkeit nicht in erster Linie für die Eltern verständlich formuliert sein, sondern für die Kinder und Jugendlichen verständlich formuliert sein. Warum wird eine bestimmte Seite nicht angezeigt? Gibt es eine Möglichkeit, dass die Eltern dann sagen, okay, das finde ich jetzt, die Seite darf mein Kind ruhig sehen, dass die Eltern das freigeben können? Findet vielleicht so etwas statt wie ein Verweis auf Kind- oder jugendgerechte Inhalte, wenn das, was hier angezeigt worden ist, für das Kind jetzt tatsächlich nicht geeignet ist? Dann kommt noch der Bereich der Nutzungsbeschränkungen, wo auch da eben einige Produkte den Zugang zum Internet generell blockieren. Andere ein Monitoring, also eine Überwachung, wann wird ins Internet gegangen, was wird da gemacht, anbieten. Ist sichere Suche, Safe-Search-Modus einstellbar oder nicht? Kann man den Zugang zu Social Networks blockieren oder den Zugang zu Social Networks überwachen? Wir haben eigentlich bisher kein Produkt gefunden, was differenziert mit der Preisgabe persönlicher Daten umgehen könnte. Also es gibt Produkte, die das generell blockieren. Das heißt aber im Grunde genommen dann nichts anderes, dass auch Social Networks nicht benutzbar sind. Wenn ich keine persönlichen Daten eingeben kann, kann ich entsprechende Angebote halt auch nicht nutzen. Streaming, Peer-to-Peer, Skype, all das kann von den Produkten kontrolliert werden, blockiert werden oder eben überwacht werden. Und auch bei der E-Mail geht es darum, wird eventuell der E-Mail-Client blockiert oder wird der Zugriff auf Webmail blockiert. Das läuft dann meistens wieder darüber, dass der Webmail-Access einfach auf die Blacklist gesetzt wird, wenn diese bearbeitbar ist. Also diese lange Liste zeigt sozusagen an, was generell ein Jugendschutzprogramm tun könnte, im Leistungsumfang haben könnte. Aber die einzelnen Produkte unterscheiden sich sehr darin. Und letzten Endes sind natürlich auch die Bedarfe von Eltern beziehungsweise auch die ihrer Kinder sehr unterschiedlich. In den Ergebnissen habe ich nur mal, was Funktionalität angeht, ganz kurz zusammengefasst. Es ist eigentlich in allen Produkten, die wir bisher getestet haben, sind die Filtereinstellungen anpassbar. Das heißt, Eltern können die Keywords, können die URL Black- und White-Listen bearbeiten, können Themen auswählen. Es gibt mehr Produkte, die nach Themen und nach URLs filtern, als nach Schlüsselbegriffen. Das sind weniger Produkte. Es ist eigentlich üblich, verschiedene Nutzerprofile anzulegen, aber es gibt tatsächlich auch Produkte, bei denen man das nicht tun kann. Das heißt, im Grunde genommen habe ich dann ein Produkt, ein Nutzerprofil und kann das Gerät eben nicht von zwei oder drei Kindern unterschiedlichen Alters entsprechend nutzen lassen, weil ich immer nur das eine Profil drauf habe. Und man muss auch bei den verschiedenen Nutzerprofilen ein bisschen genauer reinschauen, damit man tatsächlich hinter einer unterschiedlichen Altersdifferenzierung dann auch unterschiedliche Filterergebnisse letzten Endes hat. Dass man also nicht nur quasi bei der Konfiguration das Alter entsprechend einstellt, sondern dass es auch vom Programm entsprechend wiedergespiegelt wird in den Ergebnissen. Bei einigen Produkten ist es so, dass man den Webzugang nicht blockieren kann. Da gibt es dann so, werden immer kreative Lösungen gesucht. Da wird dann zum Beispiel vorgeschlagen, dass man ja eine Zeitlimitierung einsetzen kann. Zeitlimitierung ist eigentlich bei vielen Produkten. So, dann stelle ich einfach ein, dass null Stunden am Tag quasi das Web genutzt werden kann und habe damit gleichzeitig eine Blockierung des Webzugangs. Was ein Problem ist, wo viele Produkte Schwierigkeiten haben, ist, dass man, wenn der Zugang blockiert ist zu einem bestimmten Inhalt in deutscher Sprache, kann ich über eine Translation Site gehen und komme dann letzten Endes doch an den gleichen Inhalt. Da muss man schon noch mal ein bisschen kritischer hingucken. Und was auch eigentlich ein No-Go ist, dass man das Produkt wieder ohne Passwort deinstallieren kann, weil da muss man jetzt gar nicht mehr über die Altersgruppen groß diskutieren. Das können Zehnjährige, auch Achtjährige vielfach schon eine Software deinstallieren. Insofern ist das also auf jeden Fall ein kritischer Punkt. Die meisten Produkte für mobile Endgeräte haben einen geringeren Funktionalitätsumfang als die Produkte, die für den PC gemacht sind. Also man darf bei den Mobilprodukten nicht das volle Leistungsspektrum erwarten. Aber da komme ich später noch zu, vielleicht muss man tatsächlich bei mobilen Endgeräten auch auf eine Kombination von verschiedenen Möglichkeiten setzen und sich sehr genau am Nutzungsverhalten orientieren. Es gibt leider bisher nur wenige Produkte, die tatsächlich auf dem stationären und mobilen Endgerät parallel genutzt werden können. Das denke ich, ist auf jeden Fall ein Anspruch von Eltern, dass man eben nicht sich auf unterschiedliche Produkte für unterschiedliche Endgeräte verständigen muss. Sowohl iOS als auch Android bieten bereits eine ganze Reihe von Jugendlichen, Jugendschutzfunktionen, die ins Betriebssystem eingebettet sind. iOS 7 umfasst auch eine Inhaltefilterung. Blockieren von Anwendungen wie zum Beispiel Skype oder andere Messenger ist nur bei sehr wenigen Produkten für mobile Endgeräte möglich. Das heißt, darüber muss man sich im Grunde genommen im Klaren sein. Und da hilft auch nicht eine Deinstallation von Skype, weil Skype genauso schnell eben wieder installiert ist durch die Kinder und Jugendlichen, dass man darauf zumindest Aufmerksamkeit verwendet. Und auch bei den mobilen Endgeräten ist es schon so, dass es einige Produkte gibt, die entweder eben umgangen werden können oder von den Kindern deinstalliert werden können. Fazit eigentlich daraus, man darf nicht glauben, dass man das Problem durch Jugendschutzprogramme, durch technische Jugendschutzprogramme tatsächlich lösen kann. Fazit aber auch, Sie können ganz wesentlichen Baustein darin bilden im Jugendschutz. Und so, wie ich es vorhin auf der Eingangs-Slide gezeigt habe, muss man halt schauen, dass dieser Baustein, wenn es um die jüngeren Kinder geht, deutlich größer sein muss und auch eine bessere Wirkung entfalten kann. Wenn es um die Älteren geht, muss man sich damit vertraut machen, dass sowohl dadurch, dass die Älteren vielfältiger darin sind, das Produkt zu umgehen, als auch darin, dass möglicherweise für Ältere das Filtern von Inhalten eben in dem Maße einfach nicht mehr angemessen ist. Damit muss man sich einfach auseinandersetzen, wenn man über ein Produkt nachdenkt. Ich habe jetzt noch mal versucht, ein paar Produkttypen einfach vorzustellen, die Ihnen teilweise ja auch bekannt sind, einfach weil diejenigen, die auch daran mitgearbeitet haben, auch hier im Raum sind. Also Surfgarten als eine App für ein mobiles Endgerät, genau wie die FragFin-App, die beide eben einen geschützten Surfraum für Kinder bis zwölf Jahre, gut, vielleicht auch ein bisschen jünger oder ein bisschen drüber hinaus, ermöglichen können. Ich habe UseProc mit draufgenommen, weil UseProc für die jüngeren Altersgruppen ja auch mit der Whitelist arbeitet, also den Vault Garden im Grunde genommen bereitstellt. Aber hier schon so eine kombinierte Lösung ist, weil es eben für die Älteren dann auch mit der Filterung arbeitet. Dann gibt es Produkte wie die Child Protect App von Vodafone, die nur für mobiles Endgerät entwickelt worden ist und wo man hier so ein paar der Funktionalitäten schon gleich auf dem Screenshot eben auch mit sehen kann. Ein Direktzugang zu den Eltern, die Eltern können umgekehrt werden, die per SMS informiert, sollte die App deinstalliert werden. Das heißt, es ist schon ein Angebot, mit dem Eltern eben, auch wenn sie nicht dabei sind, doch einen gewissen Überblick über das behalten können und sollen, was ihre Kinder machen, wenn sie das Mobilgerät in der Hand haben. Dann gibt es den anderen Weg von kindgerechten Oberflächen und auch da in unterschiedlicher Weise, auch unterschiedlich, was dahinter steckt. Magic Desktop auf der linken Seite ist eigentlich eher ein Lernprogramm für Kinder und Jugendliche, was aber eben nicht, indem ich auf einen klassischen Desktop gehe und dann ein Programm aufrufe, genutzt wird, sondern der Rechner ist von vornherein so konfiguriert, dass der Magic Desktop eben aufgeht. Also das Kind sieht gar keine andere Oberfläche, wenn es den Rechner startet. Auch da kann man zwischen unterschiedlichen Scins auswählen, welchen Hintergrund das Kind haben will. Und es wird aber in erster Linie auf Lernangebote geführt. Wir haben die Whitelist, die dahinter liegt, angeschaut und die besteht aus so wenigen Items, dass man eigentlich nicht davon sprechen kann, dass man damit tatsächlich im Internet surft. Also sind in deutscher Sprache 15 Seiten hinterlegt. Insofern kann man jetzt hier nicht wirklich von einem sicheren Surfraum sprechen. Dann gibt es noch die Sandbox-Apps, Anwendungen, die im Grunde genommen so, wie mal daher kommt, denke ich, der Name, der Sandkasten, dem Kind einen geschützten Spielbereich ermöglichen soll. Famigo und Kidoware sind beides Applikationen, bei denen, wenn man die Produktbeschreibung sich anschaut, die sind jetzt noch nicht getestet, die kommen erst in den nächsten Testzyklus rein, man schon den Eindruck gewinnt, dass so ein bisschen auch der Schutz der Eltern vor dem, was die Kinder tun könnten, im Vordergrund steht. Also da sind Funktionalitäten drin, mit denen verhindert wird, dass das Kind irgendwelche Shops besucht beziehungsweise dort irgendwelche Aktivitäten auslöst, Kosten verursacht und Ähnliches. Also eine relativ viel sozusagen Kontrolle in der Hinsicht, dass man eben versucht, in erster Linie monetären Schaden im Grunde genommen abzuwenden, dass die Kinder da bestimmte Dinge nicht tun. Daneben, das ist eine App, die heißt Videomonster, die ermöglicht den Zugriff auf bestimmte Inhalte auf YouTube, aber nur auf die Inhalte, die quasi über Videomonster zugänglich gemacht werden. Auch da ist die Liste der Inhalte aber von den Eltern bearbeitbar. Das heißt, wenn Eltern jetzt sagen, ich finde, alle Folgen von der Sendung mit der Maus sind geeignet, dann können sie die in die Videomonster-App sozusagen in die Liste mit reinnehmen und können damit im Grunde genommen YouTube-Zugang ermöglichen auf die Auswahl an Inhalten oder Programmen, auf die die Eltern sich vorher verständigt haben. Voraussetzung ist natürlich, dass man nicht gleichzeitig einen anderen Browser auf dem digitalen Endgerät drauf hat, mit dem das Kind dann ganz regulär ins Internet gehen kann und YouTube aufrufen kann. Also insofern ist auch da so ein bisschen die Frage, inwieweit kann ich jetzt sicherstellen, dass das Kind dann wirklich nur mit der App ins Netz geht. Nichtsdestotrotz sind alle diese verschiedenen Angebote eine Unterstützung dabei, Kinder und Jugendliche im Netz zu begleiten. Das ist eine technische Unterstützung, die die erzieherische Begleitung nicht ersetzen kann, die aber ein Baustein dazu sein kann. Unter www.sibbench.eu finden Sie die Ergebnisse aus den Zyklen. Das ist so aufgebaut, dass Eltern tatsächlich auch schauen können, mein Kind ist so und so alt und ich hätte gern ein Gerät, was auf diesem Betriebssystem und diesen zwei Endgeräten läuft. Und dann kriegt man die Auswahl der Produkte, kann sich dann auch über diesen Funktionalitätsumfang, den ich vorhin vorgestellt habe, nochmal entsprechend informieren und sich raussuchen, was passt denn tatsächlich in mein eigenes Medienerziehungskonzept. Ja, herzlichen Dank und wenn Sie Fragen haben, stehe ich gern noch zur Verfügung. Tja, das war eigentlich ganz interessant, weil man hat ja immer so rudimentäre Vorstellungen, wie so ein Jugendschutzprogramm funktioniert oder funktionieren könnte oder funktionieren sollte. Ich finde das mal ganz interessant, das alles so kompakt zusammen zu haben. Gibt es direkt Fragen, Tim? Ja, vielen Dank. Mich würde interessieren, nach welchen Kriterien eigentlich die Auswahl erfolgt, der Programme, die denn tatsächlich in den CPI-Programmen, CPI-Bench getestet werden. Also weil das Wort Jugendschutzprogramm ist ja nicht geschützt oder kann ja im Prinzip jeder verwenden, der eine Software, eine App oder sowas herstellt. Also es ist so, dass zum einen, das ist ja ein europäisches Projekt im Safer Internet Programm, die Kommission Vorgaben gemacht hat und zwar schon bei der Ausschreibung des Projektes. Die haben sich jetzt, wir machen das zum zweiten Mal, also ein Dreijahreszeitraum ist schon rum, jetzt ist im zweiten Dreijahreszeitraum der zweite Testzyklus gelaufen. Zwischen den beiden Ausschreibungen hat es eine deutliche Veränderung gegeben, dass mehr mobile, also Produkte für mobile Endgeräte zu berücksichtigen sind in den Zyklen und zum zweiten, dass sogenannte Alternative Tools oder Alternative Approaches mit berücksichtigt werden. Das heißt, sowas wie Magic Desktop, wie eine App, wie diese Sandbox-Apps oder ähnliches, die sind jetzt im Rahmen des Testens der alternativen Vorgehensweisen beim Jugendschutz quasi mit zu berücksichtigen. Die haben im ersten SIP-Bench keine Rolle gespielt. Und dann ist es so, dass es halt verschiedene Kriterien gibt, wie weit das Produkt nach Möglichkeit verbreitet sein sollte in den europäischen Ländern, in welchen Sprachen es vorhanden sein sollte, und zwar sowohl die Oberfläche als auch die Filterleistung quasi, welche Sprachen die berücksichtigt, ist ein entscheidendes Kriterium. Aber wir kriegen immer auch so ein bisschen den Anstoß, uns auch mal sogenannte Nischenprodukte anzugucken, also Produkte, die vielleicht nur in einem Mitgliedsland und tatsächlich auch in einer Sprache zur Verfügung stehen. Das muss man noch dazu sagen, es gibt pro Testzyklus sind es jetzt 25 Produkte und es wird ganz großer Wert von der Kommission draufgelegt, dass man die über einen längeren Zeitraum anguckt. Das heißt also, wir haben nicht die Möglichkeit, alle halbe Jahr 25 neue Produkte zu testen, sondern es bleiben 15 bis 20 Produkte immer gleich, damit man sehen kann, ob die sich im Laufe der Zeit verändern, ob die entweder besser werden, weil weiterentwickelt, oder vielleicht auch schlechter werden, weil die Fülle an Inhalt, an Content sich einfach verändert hat. Wer testet denn diese Apps überhaupt? Sind das jetzt wirkliche Familien in realen Lebensumständen? Wie sieht man zum Beispiel, dass das ältere Kind auch dem jüngeren schon mal den Zugang am eigenen Termine anschaut? Das sieht mir alles sehr theoretisch aus. Das sieht mir nach Testlabor aus und nicht nach wirklichen empirischen Kriterien. Also das ist tatsächlich so, dass es Testlabor ist. Das muss es aber auch sein, um valide Ergebnisse erzeugen zu können, mit denen man die Produkte vergleichen kann. Wir haben im SIP-Bench in dem ersten, was wir durchgeführt haben, auch sogenannte Nutzer-Tests gehabt, haben also den Experten-Test, Nutzer-Test noch zur Seite gestellt quasi. Und es ist ein enorm großes Problem, Eltern zu finden, die bereit sind, Produkte zu testen, die in der Lage dazu sind, weil ich natürlich genau das, was ich vorhin bei der Gebrauchstauglichkeit gesagt habe, dann auch habe, jemand, der besonders Computer erfahren ist, der installiert das ruckzuck und hat prima Testergebnisse. Und ein anderer, der quasi selber eigentlich gar nicht richtig damit umgehen kann, der kriegt schlechtere Testergebnisse. Das heißt, wenn ich also die Testergebnisse vergleichen will, brauche ich auf jeden Fall diese Labortests. Wir haben dann die Nutzer, die bei den Tests mitgemacht haben, gefragt, sie sollen ihre eigene Computer Literacy quasi einschätzen, sagen, ich kenne mich ganz gut aus oder weniger gut aus. Kommt natürlich auch noch mal das Sprachenproblem dazu. Dieses eine Nischenprodukt war ein polnisches Produkt mit dem schönen bezeichneten Namen Sensor. Das stand auch nur in polnisch zur Verfügung. Und also das ist nicht so einfach, Eltern zu finden, die bereit sind, sowas zu testen und die dann auch noch eben tatsächlich neutrale Testergebnisse liefern können. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist ja, dass der Schutz des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags vor allen Dingen gegenüber solchen Produkten gilt, die anerkannt sind. Gibt es da irgendwie eine Art von Wettbewerb oder gibt es da eine Art von Run auf diese Anerkennung? Also ich habe gar nicht gehört in letzter Zeit, dass da überhaupt irgendwelche Programme vor der Tür der KJM standen. Aber das kann auch an meinen schlechten Ohren liegen. Dann habe ich die schlechten Ohren auch. Also ich kann jetzt auch da zunächst nur von dem Benchmark sprechen. Da gibt es schon ein großes Interesse daran, getestet zu werden. Aber wir stoßen nur bei einigen Anbietern dann tatsächlich auch auf Interesse, sich mit uns über die Testergebnisse auszutauschen. Und da steckt ja an einigen Stellen wirklich auch Information drin, die man leicht umsetzen kann, wie die Frage, wie mache ich eigentlich das Wording dieser Blocking-Message oder sowas, finden Sie auch auf der Website, die ich gezeigt habe, Hinweise für Eltern, aber eben auch Hinweise für die Hersteller von solchen Produkten. Manches ist relativ leicht umzusetzen. Und ich meine, es ist ja auch nicht so, dass wir keine guten Produkte hätten. Es gibt ja Produkte, die auch in bestimmten Bereichen gutes bewirken, sage ich jetzt mal. Was glauben Sie denn, warum die kein Interesse haben, die Entwickler dieser Produkte? Die können sich doch freuen, wenn sie die prüfen. Daraus können sie doch den Nutzen ziehen. Ich meine, das wäre das Zusammenwerk, wovon wir alle träumen. Geprüft werden wollen die auch tatsächlich alle. Aber wenn Sie dann die Ergebnisse sehen und nicht oben auf dem ersten Platz stehen, dann ist, glaube ich, die Enttäuschung so groß, dass Sie sich leider auf den Dialog nicht mehr einlassen. Die Europäische Kommission hatte vor vier Wochen, glaube ich, zu so einem Treffen eingeladen, was eigentlich auch unter dem Motto stand, Dialog mit den Entwicklern und Anbietern. Es sind viele aus Deutschland da gewesen, aber nicht so viele aus dem europäischen Bereich, die tatsächlich sich auf diesen Dialog eingelassen hätten. Gibt es einigermaßen verlässliche Daten über die Frage a, ob die Eltern das insgesamt für wünschenswert halten? Ich glaube, wenn man sie so fragt, sagen sie alle ja. Ja, also nur ich kenne überhaupt niemanden persönlich und ich kenne viele Leute, die sowas überhaupt jemals installiert haben. Das heißt, es scheint eine gewisse Diskrepanz zu sein zwischen der allgemeinen Meinung, Jugendschutz sei wichtig und der konkreten Handlung für die eigenen Kinder. Also ich erlebe da immer so Third Persons. Also wir kommen da ja gut mit zurecht, aber die anderen, die haben da immer diese und jene Probleme. Das gab es auch beim Fernsehen schon. Das heißt, wie ist insgesamt die Bereitschaft der Eltern? Nutzen sie die Programme, wie wir wahrscheinlich gemeinsam einschätzen, nicht besonders quantitativ häufig, also viel? Ich weiß nicht, wie viele Eltern es gibt, die das nutzen. Und das ist ja sozusagen ein Ist-Stand. Das könnte man ja verbessern. Die Frage ist, was müssten wir tun aus Ihrer Ansicht, damit wir hier eine höhere Akzeptanz der Eltern finden? Dass wir viele gute Produkte haben und darüber so weit wie möglich informieren. Also ich denke schon, dass es so ist, dass viele Eltern, da aus der Minikim hatten wir ja so ein Ergebnis, dass doch 50 Prozent sagen, wir brauchen das. Bei vielen, glaube ich, ist die Information nicht vorhanden, dass es auch einfach gehen kann. Also es ist auch so die Vorstellung, das ist sicher kompliziert und bis ich das dann drauf habe und dann läuft mein Rechner vielleicht nicht oder irgendwas anderes läuft unrund oder so. Und insofern ist da sicher auch eine Barriere. Aber man muss natürlich auch sagen, mit diesen Geräten hier, mit den mobilen Endgeräten ist es wesentlich leichter. Es ist auch leichter zu installieren. Und wenn die dann auch noch so umfassende Funktionalitäten haben, wie wir es aus Produkten für den PC kennen, dann glaube ich, dass sich mit den Geräten dann auch die Jugendschutzprogramme weiter verbreiten. Ich habe einen ganz anderen Aspekt. Wir machen Projekte, niedrigschwellige Elternarbeit. Wir haben da viele Türkinnen, Kurdinnen, arabischsprachige Mütter, denen wir versuchen, so ein bisschen auch beizubringen, dass sie über Medienerziehung sprechen. Wenn die Sprache auf Filterprogramme kommt, kann die damit gar nichts anfangen. und sie sagen ganz häufig und ganz stolz, abends wird das Smartphone, Handy eingesammelt und die Kinder wissen, da gucken wir drauf. Und morgen früh kriegen sie es wieder. Und zuerst dachten wir, oh Gott, was ist das für eine Art, wie die mit ihren Kindern umgehen. Aber mittlerweile sage ich, es ist adäquat. Und wenn das funktioniert, finde ich das gar nicht so schlecht. Am Anfang sträubten sich die jugendschützerischen Haare. Aber wenn das in der Familie ist und akzeptiert ist und die Kinder wissen, okay, ich darf surfen, aber Mutti oder Papi gucken noch mal drauf und dann gibt es ein Gespräch, wunderbar. Also die kümmern sich. Und das mit den Filterprogrammen können wir, auch wenn das übersetzt wird und so, können wir die nicht vermitteln, weil die auch sagen, ich will die Kontrolle über mein Kind haben. Also ich finde, das steht auch immer noch ein bisschen so dazwischen. Jedenfalls bei denen, ich sage jetzt niedrigschwellige Arbeit, bei, ich sage mal, weiß ich nicht, bei höher gebildeten Eltern, die vielleicht ein anderes Technikverständnis haben, mag das anders sein. Also ich würde Ihnen da absolut recht geben. Der Aushandlungsprozess ist natürlich das letzten Endes entscheidende. Und ob das Kind schon deshalb, weil das weiß, Mama schaut ja heute Abend noch mal, wo ich überall gewesen bin und kann das sehen, dann bestimmte Sachen nicht ansurft. Das mag durchaus funktionieren. Aber wahrscheinlich wird das Kind auch clever genug sein, den Verlauf zu löschen. Und dann funktioniert es so auch nicht so ganz. Also ich denke, da, wo man das Gefühl hat, ich hätte gern die technische Unterstützung, weil man vielleicht auch sein Kind selber so einschätzt, dass man einfach nicht möchte, dass es mit bestimmten Sachen konfrontiert ist, wenn es alleine ist. Und das ist ja noch mal das Spezifikum der mobilen Geräte, dass die viel häufiger von Kindern genutzt werden, wenn sie eben nicht in der elterlichen Aufsicht oder irgendwo anders in der näheren, sozusagen, dass erwachsene Ansprechpartner dabei wären. Also da denke ich schon, dass es gut ist, das auszuhandeln, aber man kann es technisch ja auch unterstützen. Ja, auch noch mal kurz eine Erfahrung aus unserer Elternmedienberatung im Land Brandenburg. Wir haben ja auch eine ganze Menge Elternveranstaltungen in den letzten Jahren, auch zum Thema Jugendschutzprogramme und Jugendschutzfilter. und es ist einfach so, dass die Situation von den Eltern als sehr, sehr irritierend erlebt wird. Und wenn ich mir die letzte Website anschaue von der EU-Kommission, Informationsseite, welche Eltern verstehen diese englischsprachige Website? Die gibt es auch auf Deutsch. Ich habe jetzt nur den Screenshot auf Englisch eingefügt. Aber es ist jedenfalls eine sehr undurchschaubare Landschaft mit den verschiedenen Möglichkeiten und so weiter. Wir haben versucht, in den letzten Jahren, seitdem die beiden Jugendschutzprogramme von der KJM anerkannt wurden, die zumindest den Eltern nahezubringen. Aber für viele Eltern ist das auch noch sehr, sehr schwierig zu handeln. Oder sie haben, sie merken, sie brauchen lange, um sich da einzufummeln, einzuarbeiten und so weiter. Und diese Praktikabilität ist aus unserer Sicht jetzt im Land Brandenburg noch nicht zufriedenstellend. Schlicht und einfach. Und ich muss sagen, die Mini-Kim-Studie, das Ergebnis ist in sich auch stimmig. Die Sichtweise der Eltern auf die Jugendschutzprogramme ist mir so vorhin durch den Kopf gegangen, weil tatsächlich Kinder im Vorschulalter werden in der Regel ja auch begleitet noch von den Eltern, wenn sie das Internet nutzen. Ich denke, die Jugendschutzprogramme müssen ihre Wirkung wirklich in diesem sensiblen Bereich des Grundschulalters bis hoch ins 12, 13, 14 Jahre entfalten. Und da würde ich mir wünschen, dass wir doch noch weitere Möglichkeiten finden, dass da praktikable Programme auch wirklich gut nutzbar werden. Ja, das ist... Wünschen wir uns alle, ne? Das wünschen wir uns alle. Nein, das geht auf keinen Fall. Noch reicht meine Stimme. Gibt es eine Kooperation mit den großen Global Players oder deutet sich da irgendwas an in der Richtung? Denn, also meine Erfahrung in Projekten ist, beispielsweise Microsoft Security Essentials ist ja kein schlechtes System, auf dieses Betriebssystem bezogen. Da kann man super Sachen mit einstellen und es ist unverhältnismäßig leichter, auch Eltern zu überzeugen, wenn sie mit diesem Betriebssystem arbeiten. Leute, das sind wenige Klicks, das könnt ihr selber bestimmen mit Black- und Whitelists. Gibt es da Kontakte oder ist die EU auch demgegenüber machtlos mit dem Jugendschutz? Ich sage mal, ja, es gibt Kontakte, aber es könnte besser sein. Verstehe, eine kurze Antwort, die viel Spülraum lässt zum Nachdenken. Ich habe noch eine ganz andere Frage und zwar geht es mir darum, dass jetzt bei Jusbrook zum Beispiel ja die Voraussetzung ist, dass die Dinge getaggt sind, dass sie technisch gekennzeichnet sind, sodass das System das rausfiltern kann. Und das ist ja nach dem Gesetz so und das soll ja in Zukunft auch noch ausgedehnt werden, mit bestimmten Spielräumen auf die nicht kommerziellen Anbietern, dass ich das sozusagen nicht über eine Selbstkontrolle mache, wie das bisher war, sondern ich kann das im Grunde selber machen. Da gibt es ja zwei Probleme. Das erste ist, dass viele Anbieter das ja gar nicht wissen, dass sie es machen müssen. Das ist vielleicht einfach schlicht eine Frage der öffentlichen Kommunikation. Aber so ein kleines bisschen, obwohl ich das System richtig finde, weil es wahrscheinlich gar nicht anders geht, hat man doch so ein bisschen Bauschmerzen, wenn man überlegt, wie man beispielsweise in der FSF sich unglaubliche Gedanken macht über die Frage, geht das jetzt ab 12 oder ab 16 oder ab so und so viel Uhr oder ab so und so viel Uhr. Und da sitzen Menschen, die alles andere machen, als sich über solche Fragegedanken machen, die vielleicht gar nicht wissen, wie Jugendliche ticken oder wie inhaltliche Inhalte wirken. Gibt es nicht vielleicht ein komplettes Durcheinander und führt dann letztlich dazu, dass die Endverbraucher, wenn sie das dann sehen, vielleicht den Jugendschutz für völlig idiotisch halten, weil das so vollkommen durcheinander geht, will sagen, also ich will jetzt nicht damit um Gottes Willen sagen, dass wir das Ganze klicken sollen, nur ist es nicht ganz, ganz dringend notwendig, dass wir uns überlegen, wie wir sozusagen diese Massanbieter irgendwie dazu kriegen, vernünftige Kriterien zu verstehen, zu entwickeln und umzusetzen? Also ich steige nochmal mit USPOC ein, weil Sie das als Beispiel erwähnt haben, weil es mir wichtig ist, deutlich zu machen, für die jüngere Altersgruppe bis zwölf ist USPOC nicht auf das Tagging angewiesen, sondern arbeitet mit der Whitelist. Also wenn ich das einstelle so, dass mein Kind bis zwölf Jahre alt ist, dann kriege ich die Whitelistergebnisse. Das heißt aber, dass andere nicht getaggte Angebote, die für Kinder vollkommen in Ordnung sind, rausgefiltert werden? Die nicht getaggt sind und nicht auf der Whitelist stehen. Genau, das ist... Also FSF steht das auf der Whitelist. Warnscher. Welche Sechsjährigen hätten Sie denn gerne auf der FSF-Seite? Och, da gibt es diese und jene Empfehlung, die vielleicht ganz interessant sind. Auf jeden Fall sind wir nicht schädlich. Nein, tatsächlich ist es so, dass natürlich auch das Verfahren ja gewisse Anreize setzen will, dafür, dass Anbieter ihre Seiten labeln. Auf der anderen Seite ist auch kein Geheimnis, dass noch sehr, sehr wenig Seiten tatsächlich gelabelt sind. Also das kann man jetzt auch nicht irgendwie beschönigen oder so. Den Punkt, den Sie angesprochen haben, gibt es dann durcheinander oder wie lernen denn die, die da taggen sollen, eigentlich dann tatsächlich die Labels richtig zu setzen. Also auch da denke ich, das Verfahren ist jetzt nicht so ganz schwer zu verstehen. Es ist zu bewältigen. Und ein kleines bisschen, denke ich, muss man sich insgesamt auch einfach dahin bewegen, dass sich halt die Welt auch an der Stelle etwas verändert. Früher haben wir, wenn es um Produkte ging, war das Einzige, wo man sich schlau gemacht hat, Stiftung Warentest, weil die wussten und verstanden ja was davon, wenn sie Produkte getestet haben. Heute setzt man ja auch zunehmend auf die Intelligenz der Nutzerinnen und Nutzer, die bewerten und sagen, ja, geht, geht nicht oder ähnliches. Also so ein klein bisschen, glaube ich, ist es schon auch gut, sich in die Richtung bewegen zu sagen, es gibt eine Menge sozusagen Intelligenz, auch außerhalb, die vielleicht auch dazu beitragen kann, dann eine gute Bewertung, ein gutes Labeling vorzunehmen. Ich will das jetzt nicht als die alleinige Lösung propagieren, aber ich denke schon, dass das Denken sich auch darauf einstellen muss, dass man auch auf die Art und Weise, dass man es sozusagen verteilt, dass man viele Leute hat, die Inhalte labeln können und die das System verstehen, dass man sich da auch darauf verlassen kann. Also da könnte man vieles zu sagen, also zum Beispiel auch die Frage, wie das jetzt rückwirkt, beispielsweise auf FSK und FSF, die wir ja mit unglaublichem Aufwand, mit Abstimmungsverfahren, damit das pluralistisch sozusagen die unterschiedlichen subjektiven Sichtweisen versucht, irgendwo zu nivellieren. Also dann zu sagen, wir setzen auf die Intelligenz. Ich sehe das alles ein, weil Sie sagen das ja vollkommen richtig, hier in einem Raum sind, wo wir kein Wunschkonzert haben, sondern einfach mit den Gegebenheiten umgehen müssen. Nichtsdestoweniger so ganz, ich weiß eben nicht, ob man das dann so auf eine Stufe stellen kann. Aber ich glaube, ich glaube, die Problematik ist klar geworden, das werden wir vielleicht nachher noch diskutieren. Tim, du hattest noch eine Frage und ich glaube dann... Genau. Ich hatte noch eine Nachfrage zum SIT-Bench. Und zwar, Sie hatten ja so ein bisschen geschildert, dass Sie Marktbeobachtung gemacht hatten, dass Sie nach Anteilkriterien sozusagen Kandidaten für die Prüfung ausgewählt haben. Haben Sie auch ein Erfahrungsset oder vielleicht können Sie da auch eine Schätzung abgeben, wie viele Programme, Angebote, Apps sich als Jugendschutzprogramme oder Jugendschutzangebote oder als Jugendschutzfilter selber deklarieren, aber aus Ihrer Sicht eigentlich komplett untauglich sind, also ein sogenannter Graumarkt, die eigentlich schon Ihre Prüfkriterien nicht erfüllen, also Ihre Auswahlkriterien? Also ich kann da keine Zahlen nennen, aber es ist auf jeden Fall ein nennenswerter Anteil von Produkten, bei denen die Ergebnisse random sind. Wenn ich 50 Prozent Overblocking und 50 Prozent Underblocking habe, dann kann ich genauso gut kein Produkt einsetzen. Es gibt auch diese Produkte, das muss man ganz klar sagen. Aber ich kann da keine Zahlen nennen. Auch da muss man, ich hatte vorhin die verschiedenen Produkttypen ja vorgestellt und habe dabei, gerade weil wir eben auch über den mobilen Jugendschutz sprechen, die Security-Suits außen vor gelassen. Die sind aber nochmal ein eigener Typus im Grunde genommen. Und da merkt man deutlich, dass Sicherheit vor Viren im Vordergrund steht und die Frage, geht es um kindgerechte, jugendgerechte Inhalte, hier nur eine Randrolle spielt. Das ist auf jeden Fall was anderes als ein Produkt, was definitiv ausschließlich für den Jugendschutz entwickelt worden ist. Also da gibt es deutliche Unterschiede, wobei ich auch nicht sagen würde, wenn Sie sich die Testergebnisse anschauen, es gibt auch diese allumfassenden, die auch gute Ergebnisse erzielen können. Man muss jeweils für den eigenen Bedarf schauen, was man tatsächlich haben will. Aber es ist ja Fakt, dass auf viel mehr Rechnern, die auch in Familien genutzt werden, Sicherheitssoftware drauf ist, die vor Viren und ähnlichem schützt, als Jugendschutzsoftware drauf ist. Also da ist ja ein Sicherheitsbewusstsein vorhanden und wir müssen versuchen, das zu aktivieren, zu stärken.